Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play-Off-Kanal, ich bin der Broken10 und wie ihr sehen könnt, mal wieder ein schönes Replay von dem Mooren LP aus meinem Clan Taco mit dem Crusader, er hat sogar eine Gunmark da drauf, zusammen im Platoon mit dem Molten LP Mooren und Molten LP, ja das ist sehr schön Ja, genau, ja die Fahnen sind zwei Lights, mal schauen was sie so reißen Ja, Crusader, sehr schöner Panzer Ja, sind schon zwei verstorben aus dem Team hier Also es muss ja ein sehr schönes Replay sein, was ich so an Stats gesehen habe Ja, mal schauen Ich bin immer noch in der Vorproduktion Achso, und übrigens, es geht an Mooren LP Okay, dein Replay vom Jagdtiger konnte ich leider nicht benutzen, weil dieses vom Testserver ist Und es ist von einer älteren Version vom Testserver und deswegen kann man das nicht abspielen, leider Aber das waren echt coole Stats, die man gesehen hat Das war der Meister mit dem Jagdtiger auf dem Testserver Und ich habe momentan den Testserver auch leider nicht drauf Weil ich gerade was anderes drauf geladen habe Aber vielleicht habt ihr das schon gesehen, es kann sein, dass Das müsste jetzt das Video für Dienstag sein Für mich ist jetzt gerade Samstag Also Ja Montag oder so, ist bei euch glaube ich gerade Und ähm Vielleicht ist ja auch schon der Trailer gekommen Von meinem neuen Game, was ich hier bringen möchte Eventuell Und ja Oh Zwei Kills hat er schon Zack, zack, zack Geht das Das ist ein sehr schöner Panzer, muss ich ehrlich sagen Das ist definitiv ein schöner Panzer Zack Und raus ist er Schnell Schnell rausgenommen Und schnell Schuss Raid Der Molden und die haben sich ein bisschen getrennt gerade Schäumen und Reib halt ab Wieso nicht? Bishop Mh mh, warten Oh ne P, immer schön warten, immer einzählen Er macht das hier richtig Sehr schön, sehr schön Also er beherrscht ihn wirklich sehr, sehr gut Den Crusader Jetzt wackelt er mir ein bisschen zu viel rum Da ist die andere Artie Hat ihn sogar noch getroffen Hat die Gun rausgenommen Und die Ketten Ich würde jetzt die Gun reparieren Ja, hat er gemacht Sehr gut gemacht Sehr gut gemacht Sehr gut gespielt Nein 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 AT2 Musste Genau Einzählen lassen Ziel doch ein Nimm dir doch die Zeit Nimm dir doch die Zeit Das klaut dir doch keiner Wird es schon länger hier rausnehmen können Aber gut Nächste mal Du schaffst es Zack Zack Die ganzen Schirmen raus Zähl, zähl, zähl länger Zähl länger Sonst klaut dir die jemand Trotzdem noch gekriegt Meine Güte Hast du schweig gehabt Sechs Kills Hat der Ey Das ist echt eine starke Leistung Oh Ähm Ganz schnell fahren Obwohl Ne Der hat die dicke Gun drauf Da ist es wurscht Beweg dich um ihn rum Er ist unmobil Wie nichts anderes Sehr schön Verfehlt sogar Äh, äh Fahr den Arsch Fahr hinten ran Du hast die Zeit Du hast die Zeit Nimm dir Zeit Ja Siehste Jetzt klappt es Zack Siehste Fertig Sieben Kills Hat der liebe Moron LP Das würde ich nochmal sagen Ist ein sehr geiles Gefecht gewesen Also wirklich Da hast du echt mal was geschafft Also das ist Das ist echt ein geiles Gefecht gewesen Jetzt schauen wir uns einfach mal Die schönen Stats an Also Was will man da mehr erwarten Sekunde Da Meister Zeichen Dualist Firefall Effect High Kaliber Und Top Gun Also Es ist echt ein geiles Match gewesen 1468 Schaden gemacht Sieben Kills Also wirklich 43 Schaden abgegeben 33 durch Äh, äh Troffen 23 durchgeschlagen Hättest du ein bisschen länger gezielt Wäre das Hättest du nicht so viele Schüsse Verschossen Aber gut 599 Damage Assist Und ja Ich würde sagen Es sieht sehr schön aus Vielen Dank für das Replay Und Ähm Ja wenn ihr noch weitere Replays habt Das ist nämlich mein letztes Replay Muss ich gestehen Wieder Äh Wenn ihr noch weitere Replays habt Bitte einsenden Aber Ja genau Sendet die einfach ein Bevor die neue Version draußen ist Sonst kann ich es nicht mehr abspielen Genau Habt noch einen schönen Tag Schaut in die Videobeschreibung vorbei Da ist noch ein bisschen was verlinkt Gebt mir gerne eine positive Bewertung Äh Generell Bewertung Und auch gerne einen Kommentar Wenn ihr das möchtet Und ja Bis zum nächsten Video Tschüssi Tschüssi